Hi, ich bin Johannes von NewGadget.de und gerade in Taipei. Und was habe ich hier? Ein Samsung Galaxy Note. Sieht sehr schön aus, die Animationen sind sehr flüssig, aber was auffällt, wo ist hier bitte das Samsung Logo? Ansonsten sieht das Ding ja genauso aus wie das Note, aber hier habe ich mein Galaxy Note. Und ihr seht, das Original hat hier ein Samsung Logo und ist ein bisschen dünner. Aber wenn wir es umdrehen, seht ihr, dieses Unternehmen hat sich schon Mühe gegeben, das Galaxy Note zu kopieren. Hier mal ein bisschen in die hellere Ecke. Hier müsste ja eigentlich auch ein Samsung Logo sein, aber wir haben hier auf der Rückseite sogar fast die gleiche Struktur. Ist ein bisschen dicker, aber wie ihr sehen konntet, ist es immer noch super schnell. Er hat einen Single-Core-Prozessor und ihr seht, diese Animationen sind super schnell. Android Ice Cream Sandwich ist noch nicht drauf, aber es ist möglich. Und ansonsten haben wir hier, ja, eine fast perfekte Samsung Galaxy Note Kopie. Nur mit dem Unterschied, dass das hier 120 Dollar kostet und das Galaxy Note ja immerhin noch um die 400, 500 Euro. Also, hier in Taipei mit einer Samsung Galaxy Note Kopie. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.